WEC und M.O.D. machen noch einen vierten Konflikt. Ja, okay, gut auch. Ich bin alles auf. Ja, erstens mal die Piste ist jetzt dran. Oh, so. Wer hat in der letzten Runde das beste Alter anwohnt? Ja, Mann. Der Razi fährt mit dem Quack-Wack. Willst du uns verarschen, oder? Oh, Mann, Herr Schieder! Habt ihr das gesehen? Nein, ich hab nur gesehen. Ich hab eine Wolke. Jetzt erst scheiße. Jetzt hat Küken drei Schrooms. Ja, sorry, ich konnte nicht enger slide mit dem Kack-Ding. Oh, mach mal schneller da. Jetzt kannst du ein bisschen was rumlacken. Ich komm jetzt eher nach vorne, da muss noch einer von uns auch mal hinten sein. Oh, eine Bombe. Vorsicht. Oh, der wirft sie nach vorne. Komm, das ist wieder eine Wolke. Oh, er ist der Schuhmaster. Oh, Gott, Schuhen. Oh, Razi hat seinen eigenen Typen abgeworfen. Oh, Gott, Schuhen. Hey, Schuhen, du hast echt voll das Pech. Kann ich sein. Aber sei froh, Brock und Sabi sind Erster und Zweiter. Mach dich, mach dich, mach dich, mach dich, mach dich, mach dich, mach dich. Nein, nein. Doch, er sagt noch dazu. So, jetzt wird erstmal schön geleckt. Oh, ja, Baby. Leck mich. Mal gucken, ob ich gleich eine geile Wolke finde. So, meinst du. Ja, ey, ey. Swami Erster, oh, er hat eine Falle und zu... Er ist entweder kein Glück oder es ist voll der Düssel. Oh, das ist ein Dauern aus Glück, der hat er. Die Leute. Er hat kein Glück. Ja, der... Er fährt voll der Scheiße. Er ist voll der Düssel. Äh, scheiße. Ja, unsere Leute wurden da hinten gefickt. Er hat ein Goldbilds und zieht damit auch gerade durch. Ja, Sammy hält erst mal Stern, die er... Gott, wer ist denn so weit vorne, bitte? Ähm, irgendeiner von weg. Versorg' ich mach den Speedhacker aus. Ich hab da Wolke. Ja, Mann. Yeah, schön ins Gras geht. So wie, äh... Oh, nein, das glaubt ihr mir nicht. Küken kriegt auf den zweiten drei rote. Alter, der Witzel, ey. Er hat noch einen roten Gepäck. Nein, ist das... Alter, was ist das für ein Scheißlacke? Das... Hallo? Hallo, was für ein Scheißlacke ist das denn? Gott. Und was bekommt ihr? Ihr bekommt nicht mal einen Pau. Und nicht mal einen Blitz, ne? Das ist so arm. Ihr bekommt einen Plopper. Der kriegt einen Giga auf den zweiten. Ich glaub das nicht. Was hat der für einen Lack? Was hat der für einen Lack? Ja, jetzt schon am Kack. Nein, ist das... Was ist das... Was ist das... Oh Gott. Ah, guckt euch das an. Oh Gott. Ehrlich? Ja, okay. Ich lache mal. So, ich wollte doch dann aber schon ein Jahr. Das ist... Ja. Ghostbilly. Wie viel Lack hat er? Wir haben wahrscheinlich noch einen zweiten. Jeden oder drei. Warte, warte. Warte. Rote auf zweiten hat er. Oh, was für ein Lack. Was für ein Lack. Ey, doll. Er hat einen roten. Ich habe drei. Er hat noch einen roten. Was hat der für ein Glück? Ich bekomme auf den dritten nur drei Bananen. Leckes. Nein. Noch einen roten, ey. Rote. So, ich bin hinter der Schule, also bring mich bitte nicht um. Solange ich noch bin. Ja, okay. Jetzt kommt der Kürtel. Er hat einen Giga. Oh Gott. Das alte Lacka 9000, ey. Oh, ey. Das war gerade schun. Der hat sich gerade ein bisschen aufgeregt. Ich finde das voll geil, wie du fliegst. Mach mal weiter so. Ja, Blätterwald. Wenn der Lack nicht so ist, dann würde ich das auch machen. Ach so, naja. Ey, das ist so viel. Ey, habe ich jetzt die Krücken platt gemacht? Oder sieht das nur so aus? Du hast Krücken nicht platt gemacht. Ich gucke mal nach. Es sieht nur so aus. Ja, wunderbar. Bei mir war der erste Schöne Platz. Ja. Also zur Zeit ist doch keine Action im Chat. Lol, da ist der Eier raus. Was geht denn ab? Ich habe drei Grüne um mich rum und werde in Abbrot geschubst. Das finde ich aber sehr logisch. Und damals fand ich keine einzige von uns. Weiß was, es ist der Lack. Ja. Hättest du nicht gedacht, ne? Alter, wie... Ey, Schulen hören, dass deine Eltern eigentlich nicht? Nee, ja. Ich dachte schon. Hast du einen Küken? Wie kannst du das denn jetzt schon sehen? Ich sehe das bei mir überhaupt nicht so schnell. Ich habe das Gefühl. Wo ist der drin? Ach so. Verlass mich gerade ein schunes Erster. Jetzt hat er einen Stern. Oh, ich bin sehr... Ja, ich sag's Ihnen trotzdem. Ich bin sehr... Sind wir jetzt alle drei hinten oder kommt mir das nur so vor? Hast du das irgendwie gesagt? Ja. Ja, wie toll. Ja. Der mit dem Quack war das Erster, Alter. Ja, ist doch gut. Der Quack war das gut. Das war übrigens gerade nicht mein ICQ. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Da hat auf dem zweiten eine Blitzwolke. Ob das noch reicht vor dem... Ne? Ja. 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 Ja, da ist doch... Boah, der kriegt dann auch einen Schrum, ey. Boah, Sami ist jetzt auf dem Weg. Duell. Und Sami ist tatsächlich noch vorne gekommen. Wollen wir mal sehen, wie jetzt das Ende aussieht. Boah, Sami. Schul ist ja schon wieder letzter. Denk dran, Schul, dabei sein ist alles, ne? Ja. 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 Ja.